Musik Mein Name ist Sami Loipi, ich bin Schwinger und komme aus Winterthur-Büfflingen. Meine grössten Erfolge sind, dass ich am eidgenössischen Zug den Kranz gewinnen konnte. Und ich habe drei Kranzfeste Siege auf dem Konto. Ich bin im Turnverein Wülflingen, also auch ein Turner. Mein Grossvater hat mich zum Schwingsport gebracht, als ich schon ein kleiner Böbel war. Ich bin Wehrbeträger vom RTF 2022 in Eisendangen. Ab zum zweiten Gang! Ich bin Wehrbeträger. Ich bin Wehrbeträger. Ich bin Wehrbeträger. Ich bin Wehrbeträger.